Hallo und Herzlich Willkommen für euer nächstes Video. Es ist gerade ein perfekter Start, ein Pantymos. Och, nur noch einmal einfangen. Ja, mein Bruder ist auch noch. Ja, gut, bei ihm ist Level 19. Bei mir aber auch Level 19. Das ist abgehauen. Einfach weg. Boah. 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 Nein. So. Bleibt 900, denke ich. Und? 843. Und es hat Eistrahl. Okay, Eistrahl. Ja, geil. Was lachst du denn? Hey, ist das mein... Guck mal. Das ist sogar noch eines meiner guten. Okay. Ja, meiner Gute ist denn. Sag mal, wenn wir was bauen. Das kann man nicht entwickeln. Mein All geht auf. Ja. Ja. Und... Was kommt raus? Wir werden jetzt zwei mal zwei Kilometer her und es kommt raus. Ein... Bisasam. Alter, das ist übel. Das ist gut. Und jetzt sind wir so. Alter. Du kannst das entwickeln. Der kann Bisasam entwickeln. Alter, ich hab Bisasam in 500. Ja, das ist genauso wie mein Schicki. Alter, entwickelt das. Na, warte mal kurz. Hast du schon gebaut? Ja, dann mach schnell auf. Ich will noch gucken, was da rauskommt. Vielleicht kommt ein Glumander raus. Junge, das ist ja voll. Ja! Digger, noch ein Bisasamen. Zwei Bisasamen. Da ist hier ein Spurm. Digger, guck doch mal. Hä, ich hab einfach grad zweimal... Was? Ich bin Level 19. Digger, zum Glück hab ich's nicht entwickelt. Zwei Bisasamen. Ich bin Level 19 in Auftrag geworden. Hä, Alter, du kannst... Hä, grad hab ich's nicht entwickelt, weil... Entwickelt das? Hä, es ist was gespawnt, was gespawnt. Ja, das ist ein Zubat. Ach, ich hole mir das hier. Alter, du... Alter, bin ich ja nur am Sonnen. Junge, hä. Digger. Digger. Ich kann nicht mehr wieder mehr werfen. Ich hasse das Zubat zu fangen. Ich probier gleich mal den neuen Trick aus. Was? Na, mit denen so... Ja, das klappt sogar. Ja, das geht eigentlich. Na ja, von hier nach der Nerven. Wie viel? Ist abgehauen. Ja, genau, in das Nerven. Ja. Ja, daneben Nerven wär nicht so. Äh, ja, jetzt entwickle ich mir noch das Taubogaffen grad eben. Als ob du grad zwei Bisasamens aus dem Ei... Alter, entwicklen. Ich war eigentlich, wie ich einfach keine Bisasambonbon bekommen hab. Bei dem zweiten. Na, nur vier oder fünfe. Du hattest ja, 27 oder so. Oh, geil. Bisaflor. Ne, warte mal. Bisaflor. 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 Ich hab grad nen Taubos gemacht. Alter. 1250. Alter, ich war mein Bestes gewesen. Und, 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 und. Und komm, komm. Erstmal Buckedeck registriert. Ja, doch. Ich hätte es doch... Ich hätt's noch verbessern können. 703, äh, 27. Alter, geil. Sollst du's hochpushen? Ja, mach noch zweimal drauf. Ich hab grad nen Taubos gemacht. Mh, sexy. Ja, genau. Da ist jetzt einfach jetzt fast mein Bestes Pokémon. Als ob. Guck mal. Ich hab drei Taubos. Genau, ne. Das ballert alles raus bei mir. Bucke ist doch Bluthelgen. Ja. Als ob. Ich hab nen Ei bekommen. Bitte 10 Kilometer Ei. 5 Kilometer Ei. Ja, 5 Kilometer Ei. Mein zweitbest Pokémon jetzt ist Bisas. Ähm, ja. Sind jetzt hier. Und zum Ende dieses Videos will ich zwei Entwicklungen machen. Einmal ein Evoli. Das überlasse ich den Zufall. Und ein Sternto. Ähm, und, ja. Erstmal entwickeln das Evoli. Hier. Nächste Woche bin ich nicht da. Und deswegen kommt da kein Video. Aber über nächste Woche wird höchstwahrscheinlich ganz sicher ein Infovideo kommen. Über den Kanal. Wann. Und, ja. Dass ich das hochladen will. Und, ja. Und schon Blomara bekommen. Das hab ich doch schon. Oh, Scheiße. Ups. Ja, gut. Alles klar. Doch, ich freu mich. Ja. Okay. Ja. Und da wird nächstes Woche erstmal kein Video kommen. Und, ja. Das wollte ich bloß nochmal sagen. Damit ihr es auch wisst, alle. Mann. Ein Sternin. Ist auch ein neues Pokémon für mich. Ach. Da hätt ich das wahrscheinlich nur mal Glück sein machen müssen. Oh. Oh. Das ist gut. Das ist super gut. Jetzt KP. Jetzt hat es mein Sherlockn ausgehauen. Jo. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ähm. Ja. Ich hab 80 Pokémenzen. Ja. Ja. Also nicht wundern, wenn da kein Video kommt. Bis zum. Also bis übernächste Woche. Zum Infovideo. Ciao.